So, merkt euch mal die Stelle hier. Da lege ich euch das Gras rein. Wir bauen jetzt erstmal richtig. Dann brennen wir auf dem Koppelzeug noch mal an. Es geht sich nicht alleine. Es hat noch ein bisschen Flamme, hat es noch. Das ist schon hier. Das ist schon hier. Das ist schon hier. Das ist schon hier.